Danke, aufgeladen. Lieb von dir. Ja, jetzt lass mich los, so gerne mich auch haben tust. Hier hinten irgendwas? Ne, hier hinten? Ne. Statue kann man kaputt machen, sieht so aus. Nein, kann man nicht. Ich hab zwar was bekommen, aber damit kann ich jetzt diese Objekte hier kaputt machen. Also, so. Cool, danke. Mhm, interessant. Keine Ahnung. Hä? Okay, dann kommen wir jetzt wenigstens bei der Ruine weiter. Hier, nehm ich, ja. Ja, so, aha. Komme ich nur mit der Bombe raus? Oder wäre ich auch so rausgekommen? Okay. Und mit der... Aha, das ergibt keinen Sinn. Nun gut. Sei's drum. Ähm, okay. Gehen wir hoch. Puh, easy. Also, was wollt ihr? Ich glaube, aber ich gehe erstmal in die andere Richtung. Ah, dafür habe ich es ja toll ausgewählt hier lang. Naja. Hä? Oh Gott. Oh Gott. So, 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 so. Lecker, lecker. Was zum Geier? Na, das kann ja nur noch Stunden dauern, Leute. Das wird herrlich. Alten. Okay, vielleicht wenn ich ganz schnell hintereinander drücke. Nein, auch nicht. Oder doch? Ja, wunderbar. Dann, 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 dann. Das ist die Siegeshymne für Royal de Funke. Hüpf, 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 hüpf. Toll. Cool. Hüpf, 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 hüpf. Dieses Spiel ist zu schnell. Warum dieses... Okay, es kommt ein ganz klein wenig jetzt. Metroid-Feeling. Auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Diese, das wird einstürzen. Habe ich re... Äh, 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 äh. Kacke, kacke. Okay, fielen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Was ist nun kaputt? Was ist nun kaputt? Was ist denn bitte nun im... Hä? Hä? Muss ich mich hier reinlegen? Ähm... Nee. Hä? Was soll ich bitte machen? Ah, ah, okay. Gut. Pff. Oh, ich dachte schon. Okay. Gut. Eigenartig. Okay. Gut zu wissen. Hä? Das ist eine merkwürdige... Was zum... Was ist... Also hier leben Götter irgendwie oder irgendwas. Das ist Shosumi Powergrip. Was ist das? Ich hab Angst. Und es ist diverses. Erlaubt das festhalten und hängen an. Vorsprung und kann... Das muss Samus erst lernen? Zum Beispiel spiel ich hier mit irgendwie ein Embryo? Äh, ach so. Ich kann mich also festhalten. Es ist eine dumme Punzel. Oh. Verdammte blöde Frau. Entschuldigung, aber... Das ist ja nicht wahr. Aber es ist eine schöne Sache, die ich jetzt hab. Ja. Ich freu mich doch darüber sehr. Höh! Okay, was immer jetzt auch los... Oh mein Gott. Was ist das? Jetzt kann ich mich hier dran festhalten, oder wie? Nee. Hä? Hä? Okay. Aber hier kommt gleich ein Endgegner. Erscheinende Blöcke. Okay. Okay. Hä? Wie gehst du denn nach oben? Was soll das denn? Oh, das dauert ja nur acht Tage, bis du... Ah, ich muss nochmal springen drücken. Dann geht's. Gut. Danke. Und jetzt hier weiter. Krass. Oh mein Gott. Hüpf! Doof. Tot. Tot! Ha! Ich hab Steine getötet! Yeah! Ein voller Erfolg für mich in diesem Spiel. So. Hier erstmal gucken. Nope. Nope. Auch schön. Eigenartig. Eigenartige Welt des Eigenartigkeits. Döööö. Moment. Hm. Auch nix. Gut. Kaputt machen. Da oben. Kaputt machen. Und nochmal kaputt machen. Ja. Und rein mit dir. Jetzt hier weiter? Ist es so... Bin ich hier falsch? Bin ich hier... Ich geh nach... Da oben. Bin ich hier falsch? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht, Leute. Ach, Dreck. Nein. Nein, nein, nein. So. Und jetzt. Dumm,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum,dum. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Und jetzt sind wir hier oben und das war total sinnlos. Cool. Oh Gott. Hier ist mein Raumschiff? Was ist... Ne, mein Geräusch. Ich glaube zu wissen... Moment, das kann doch jetzt nicht sein. Wir sind jetzt wieder auf... Moment, hier ist... Wir sind jetzt auf dem Planeten von... Aus... Von aus. Cool, Funk. Aus... Ja, Super Metroid. Für den... Krass. Für den Krass. Für den Super Nintendo. Ja, ist ja auch Super Metroid, Funk. Du selten dämliches Schlumpftier. Ähm. Aha. Okay. Okay. Eigentlich nicht okay. Ja. Genau. Whatever. Weiter geht's. Äh, hä? Sehr, sehr interessant. Jetzt gehen wir mal nach rechts weiter. Weil der Weg war schon mal so und, äh, jetzt gehen wir... Stimmt, jetzt müssen wir eigentlich auf das Wreckt-Chip kommen. Oder zumindest dürfte es jetzt noch nicht ganz so Wreckt sein, wie es damals Wreckt war. Jetzt dürfte es mehr cool und total funktionsfähig und ohne Geister sein, hoffe ich. Denke ich. Nehme ich an. Ich vermute es. In irgendein Geheimnis? Nein, 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 natürlich nicht. Ach, langweilig. Mano. Ich will doch nur Geheimnisse. Es ist doch nur mein Ziel, irgendwie alle Geheimnisse im Spiel zu entdecken. So, hier lang. Hier lang. Hier lang. Äh, gelbe Türen. Damit schadet's doch mein Wilder. Gut. Schade. Äh, verdammt. Was jetzt? Äh, zurückgehen... Das war gut. Zurückgehen nach... Brinstar bisher hat wenig Sinn. Also bleiben wir erstmal in Crateria und probieren... Hier weiterzukommen irgendwo... Ruinen, der schon so... Coole Musik... Äh, bär... Hier kommen wir eigentlich noch nicht weiter, aber... Gehen wir einfach mal weiter? Ja. Wir wären nicht Funk-Royal, wenn wir es nicht machen würden. Der, der, der... Scheiße. Einfach nur immer ganz schnell drücken. Eben, Gratz hat's ja auch gebracht, also. Es muss ja klappen. Es muss ja irgendwie... Was zum... Ah, bitte. Es hat doch vorhin geklappt. Das kann doch nicht angehen. In was für einem Intervall drück ich das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich drück's einfach. Sehr gut. Das ist einfach nach Gefühl gedrückt und jo. Aha, aha, aha. Es war ein tiefer Fall. Und hier fallen wir runter. Nicht wahr, ja, klar. Ah! Nein! Nein! Leckt mich! Nochmal der ganze Scheiß. Oh! Ey, dafür sind blind Let's Plays eigentlich nicht wirklich gedacht, dass man den ganzen Scheiß, den man gerade gemacht hat, alles nochmal scheißen darf. Obwohl, es erinnert mich an irgendwas. Rush. Ich hasse dich, Rush. Du bist die dämlichste Drecksaugeburt. Egal. Ich mag den Hund nicht. Ihr wisst warum. Ja, ja. Außer ihr habt jetzt erst eingeschalten. Hallo, mein Name lautet Funk-Royal. Ähm. Rush ist ein Köter aus Megaman, der nicht liebenswert ist. Nein, ist der nicht. So. Und wieder in dem altbekannten Intervall drücken. Dam, dam, dam. Naja. Dam, 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 dam. Ja, also, das dauert ja nicht lange. Ist ja geil. Ey. Gut. Kann man Schlag aus dem Leben erzählen? Was mache ich so? Ich spiele gern Tennis. Ja, ein leidenschaftlicher Tennis-Spieler. Ähm. Spiele ich seit mittlerweile fünf Jahren. Ich spiele auch Schlagzeug. Sehr, sehr leidenschaftlich seit mittlerweile. Aha. Als wenn ich hier nicht hochkommen könnte. Also, ihr tut ja auch so, als wenn ich der Düppste wäre. So. Ähm. Bin ich offensichtlich. Gut. Und da ist ne gelbe. Dreck, Dreck, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Ah ja, mit ner, aha, Screw-Attack nur erreichbar. Warum auch immer. Äh, nee, nee, was soll das denn? Lass doch mal. So, jetzt. So, jetzt aber, na. Okay, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Aha. Gut. Warte mal. Was? Hä? Hä? Okay, weg hier. Der Ort missfällt mir. Sehr. Äh, verdammte Kacke. Gut. Oh, schon wieder so doof gesprungen. Das gibt's doch einfach nicht. Ähm. Ja. Äh, was, wo war ich gerade? Genau, ich spiele auch Schlagzeug seit nunmehr acht Jahren. Oder neun Jahre? Moment. Ne, acht Jahre. Auch sehr leidenschaftlich. Ein schönes Instrument. Ein spannendes Instrument. Ein, man kann draufhauen. Das ist sehr gut. Ich empfehle eh jedem Menschen irgendwie, der so ein kleines Wutpotenzial in sich hat. Und, Moment. Das gerne mal loswerden möchte. Äh, sucht euch irgendwas, was ihr kloppen könnt. Äh, verdammt. Ähm. Weißt du, also es ist bitte keine Person. Äh, das, davon möchte ich bitte doch herzlich abraten. Aber sucht euch einfach irgendwas zum draufschlagen. Sagen wir, ihr geht in den Wald und kloppt Bäume mit Bäumen kaputt. Das total geil ist. Ähm. So. Oder geht auf so einen Schrottplatz, holt euch vorher einen Baseballschläger und haut Autos kaputt. Weil Wut abbauen ist, weil Wut abbauen ist was geniales. Und es hilft einen danach unglaublich weiter. Macht es einfach mal. Ja. Deswegen auch Schlagzeug, weil man einfach alles rauslassen kann. So, also hier weiter. Ah, wir fallen. Da muss. Gut. Na ja, wir haben nichts erreicht. Also gehen wir einfach mal so weiter. Hier hätten wir, glaube ich, gleich weitergehen müssen. Toll. Oder auch nicht. Was denn das für eine Wichse? Oh. Also alles, was ich mache, ist um Sonntag. Ich glaube, Burrito Hut ist jetzt schon bei Mother Brain und ich dümpel noch hier so am Anfang des Spiels rum. Ich halte es nicht aus. Ja, ja. Den Weg kennen wir jetzt schon mittlerweile. Dreck. So, so. Danke. Tschüss. Und Haus rein. Leck mich doch am Arsch. So nach unten. Was für eine Überraschung. Schnarchen auf her. Das Fucklied. Fuck. Fuck. Ich finde das Lied ganz schön. Also es hat so ein... Ach. Aha.